Als ich noch ein kleines Kind war, sagte Mama, pass gut auf, denn Mitternacht die Glocken schlagen. Denn sonst tanzen deine Puppen bis zum Morgen durch dein Zimmer. Und dann kannst du nicht mehr schlafen, weil sie alle zu dir sagen, komm, mach mit beim Puppentanz. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet um Mitternacht. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet bis früh um acht. Meistens bin ich eingeschlafen, aber eines Tages ging ich nicht ins Bettchen wie sonst immer. Nicht ins Bettchen wie sonst immer, sondern blieb im Dunkeln stehen. Und um Mitternacht, da tanzten alle Puppen durch mein Zimmer. Und sie sagten, mach doch mit. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet um Mitternacht. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet bis früh um acht. Ja, ich seh an deinen Augen, du weißt einfach nicht so recht, was sollst du halten von dem Ganzen. Hör mir zu, du kannst mir glauben, denn ich werd es dir beweisen. Bleib bei mir bis Mitternacht, dann lassen wir die Puppen tanzen. Und wir beide machen mit. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet um Mitternacht. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet bis früh um acht. Wir tanzen Le Bambolet, wir tanzen Le Bambolet, bis früh um acht.